Hallo Schwäbisch Hall, der Podcast der Freien Wählervereinigung. Kommunalpolitik neu vertont. Ja, willkommen zur nächsten Folge unserer Kandidatenvorstellung im Rahmen des Podcasts Hallo Schwäbisch Hall, der Podcast der Freien Wählervereinigung. Wir sind heute angekommen bei Listenplatz 3. Auf Platz 3 haben wir nominiert Flo Frank. Hallo Flo. Hallo Schwäbisch Hall, hallo Michel, hi. Erstmal vielen Dank, dass du uns alle die Möglichkeit gibst, uns im Podcast mal persönlich vorzustellen. Normalerweise kennt man von uns das Kandidatenbild und jetzt einfach mal ein paar persönliche Worte, ein paar persönliche Eindrücke im eigenen Wortlaut zu hören. Ja, ich glaube das ist ganz wichtig, dass wir ein bisschen mehr von den Kandidaten zeigen können als, wie du gesagt hast, nur ein Bild und nur ein paar Zeilen drunter und ein Datum, wie alt man ist. Sondern, dass man die Menschen auch zumindest mal als Stimme hört und das Bild hat man dann dazu. Deswegen, es ist ja nicht nur mein Format, ich bin nur der, der das hier alles technisch macht. Genau. Aber wie bei allen anderen auch, erst mal stell du dich bitte vor. Gerne, ja. Also bei der FWV bin ich auf dem Listathlatz Nummer 3. Da steht dann ganz offiziell Florian David Frank. Aber alle kennen mich normalerweise immer wo es unter Flo. Ich bin 44 Jahre alt, wohne seit meiner Geburt im Teil dort Sulzdorf. Vom Familienstand würde ich es mal bezeichnen als langfristig vergeben. Eigene Kinder habe ich keine. Allerdings habe ich sechs Nichten und Neffen im Alter von 2 bis 20 und ich bin eigentlich ein sehr leidenschaftlicher Ungl und verbringe extrem viel Zeit mit denen. Weil die einem einfach immer wieder zeigen, was eigentlich so wichtig im Leben ist. Was man einfach zurückbekommt, wenn man Zeit anderen Menschen schenkt. Doch, das ist eine ganz gute Sache. Geht auch eigentlich drin auf. Und beruflich, ich war früher in der Grundschule in Sulzdorf, bin dann in der Realschule Schenkese gewesen, wie man da so klassischerweise als Sulzdorfer hingeht. Und war keine leidenschaftliche Veranstaltung von mir, sondern ich bin da halt eigentlich gewesen, weil meine Kumpels da morgens auch nachgegangen sind. Bis zum Ende der 9. Klasse hat man dann irgendwie gemerkt, man muss da irgendwas dran ändern. Bin dann auf eine zweijährige Berufsfachschule gegangen, in der Tullauer Höhe. War da in der Wirtschaftsschule, hab da meine mittlere Reife nachgemacht. Und das war einfach, von dort einfach mal andere Zusammenhänge. Man hat da BWL gehabt, man hat da Wirtschaftskunde, Rechnungswesen gehabt. Und das ist einfach dann plötzlich mal was gewesen, dass man auch gerne in die Schule gegangen ist. Und einfach auch nicht nur wegen der Freunde, sondern auch wegen Wien halt mal hingegangen ist. Dadernach habe ich ja Lehre gemacht als Großhandelskaufmann in der BRG Hondo im Raiffeisenmarkt. Das war ganz interessant, wenn du als 18-, 20-Jähriger vor fremden Leuten stehst, die beraten musst, die teilweise fachliche Themen näher bringen musst. Da hast du eine richtig gute Menschenkenntnis als junger Mann schon entwickelt. War sehr lehrreich. Ich war einer der letzten Azubis noch unter dem Direktor Förder damals. Der, wo unter dem Herr Förder die Lehre absolviert hatte, das war damals so, wie soll man sagen, einfach eine gute Schule, um weiter im Berufsleben einigermaßen erfolgreich zu sein. Danach war dann nicht so klassischerweise als ausgelernder Kaufmann, habe ich mir dann nach dem Kopf gesetzt, jetzt machen wir was ganz anderes. Da wollte ich nachher eine Striemechanikerlehre machen. Das durfte ich dann bei der Optima machen, nochmal drei Jahre. War dann schon mit Abstand wegen der Ältere. Da haben 16-jährige Azubis angefangen, die U-Bist dann mit 22, 23 schon wegen der Ältere gewesen. Das war auch super, weil im dritten Lehrjahr hast du dann teilweise schon jüngere Leute angelernt, hast du eine gewisse Empathie entwickelt und einfach dich in gewisse Themen selber einarbeiten müssen und die mit anderen Menschen vermitteln müssen. Hat Spaß gemacht. Da danach habe ich noch eine Industriemeisterausbildung gemacht, arbeite seitdem im Verpackungsmaschinenbau, bin seit 2007 Fertigungsleiter in einer kleineren Zuliefererfirma. Dort sind wir acht Mitarbeiter, wir machen Metallteile in vielfältigster Formen. So wie, wer es nicht kennt, so Lego-Technik für Erwachsene macht auch Spaß. Das ist allerdings bloß mein ganzes berufliches Know-how. Eigentlich, was mir ganz wichtig ist, ist meine Zivilzeit, die ich noch machen durfte, von 2000 bis 2001. Da habe ich noch das Glück gehabt, den Hall-Fahrdienst machen zu dürfen bei der Johanniterunfallhilfe. Da waren die ersten fünf Monate, da hat man dann morgens behinderte Menschen daheim abgeholt, hat in eine beschützende Werkstätte und Lebenswerkstatt gefahren. Ist dann vormittags noch mit Senioren, hat man daheim abgeholt, ist mit einem Arztbesuch gemacht, Einkäufe oder wo Spaziergänge. Am Wochenende die Fahrdienste für die Freizeitgestaltung von den behinderten Menschen. Und das war auch sowas, das möchte ich bis heute nicht missen. Also da zehre ich, glaube ich, bis zum letzten Atemzug, zehre ich da davon mit den Eindrücken, die man da mit anderen Menschen gemacht hat, die einem einfach so viel auch zurückgegeben haben, die einfach auch wieder dishonoriert haben, wenn man ein bisschen Zeit für sie investiert und Aufmerksamkeit. Das war also ganz eindrücklich und möchte ich nicht missen. Ja, ich glaube, das ist auch das, was heute vielen jungen Leuten fehlt, diese Zeit der Orientierung nach der Schule, der Zivildienst. Deswegen fehlen heute auch, glaube ich, viele Leute in der sozialen Berufe, weil man da gar nicht mehr rein schnuppern kann. Am Ende ist es ja eine Art Schnupperzeit. Und die Zeit, die man da als Jünger, damals halt nur die Männer, verbracht hat, war schon auch ein Stück Lebensschule, so wie du es gesagt hast. Wo man es ja lange davon zehnt, war bei mir auch so. Ich habe es halt woanders gemacht für mich, war aber erst danach klar, dass ich Bauer werden will. Ganz wichtige Zeit. Ja, du bist noch sehr vielfältig, außerberuflich unterwegs. Ja, vielleicht lässt du uns da ein bisschen daran teilhaben, was du alles so treibst. Wenn du jetzt die Hobbys und sonst die Aktivitäten anspielst. Ich bin jetzt seit zehn Jahren im Ortschaftsrat. Da bin ich damals auch für die Jungfrau zum Kind dazugekommen. Das war so ein Sulzdorf-interner Deal. Die Alten haben aufgehört, haben auch lauter Junge gesucht. Und dann hast du da halt gedacht, ja gut, dem zuliebe lasse ich mir aufstellen. Hat funktioniert. Und seit zehn Jahren, muss ich sagen, macht es wirklich sowas von Spaß, sich für andere Leute zu engagieren, den eigenen Wohnort ein bisschen mitzugestalten. Mit den kleinen Möglichkeiten, die man vielleicht als Ortschaftsrat hat. Ab und zu auch in der Gemeinderat, irgendwelche Themen vielleicht zu signalisieren. Mir im Ort hätte das gern so und so. Das ist eine ganz tolle, vielfältige Aufgabe. Was noch hobbymäßig ist, natürlich die sämtliche Ballsportarten, die es so gibt. Ich spiele, liebe gern Fußball und auch Basketball. Tennis natürlich, mein großes Herzensthema. Was auch noch ist, Bikepark, Mountainbike fahren. Da haben wir während Corona, haben wir da in Sulzdorf den Bikepark entwickelt. Nach viel Kampf, auch mit der Stadtverwaltung. Und das waren viele lehrreiche Themen, wo man einfach gemerkt hat, wie muss man mit welchen Leuten wann wie sprechen und welche Stellschrauben muss man da bewegen, um irgendwelche Themen auch der Stadtverwaltung gegenüber durchgesetzt zu bekommen. Ja, das ist jetzt drei Jahre her. Das war ein engagiertes Projekt von der Jugend. Also da haben wir Erwachsene mit der Jugend zusammengebaut, nachdem es dann soweit in trockenen Tüchern war, dass wir es machen durften. Nee, war super, weil es halt wirklich generationenübergreifend ist. Vom Vierjährigen bis zum Sechzigjährigen ist da alles unterwegs. Ja, das glaube ich. Und das war für uns als Gemeinderatenprojekt, wo wir nicht lange überlegen mussten, ob wir das unterstützen können im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber wir kommen nachher sicher noch ein bisschen auf das Thema Teilorte zu sprechen. Die dritte Frage, die jedem gestellt wird, ist, was ist dein Motto, das nachher auch auf dem Flyer stehen wird? Und warum hast du dir ausgerechnet dieses Motto ausgesucht? Also dieses Motto an sich, ich konnte es am Anfang nicht in Worte fassen, aber wenn man mein Leben jetzt praktisch auch für diesen Podcast aufgeschrieben hat und man sich einfach mit den einzelnen Themen, mit den einzelnen Punkten beschäftigt hat, dann hat sich nachher einfach herauskristallisiert, meinungsstark agieren, leidenschaftlich gestalten bzw. handeln. Und wenn ich das kurz erkläre, mit dem Teil 1, meinungsstark agieren, das hat jetzt, ob es jetzt im Ortschaftsrat war oder auch privat oder sonst irgendwelche Themen, wenn es irgendwo Gegenwind gibt und ich bin aber von dem Thema überzeugt, dann lasse ich mich da nicht verscheuchen oder mich da irgendwie kleinkriege, sondern wenn ich davon überzeugt bin, das ist ein Herzensthema von mir, dann kämpfe ich da auch dafür. Und das ist dann vielleicht auch Fluch und Säge bei mir zugleich, mit diesem 100% oder 0%, dieses All-in, wie man sagen könnte, da mache ich dann so lang rum, bis einfach ich irgendeinen Weg gefunden habe, wie man irgendwelche Herzensthemen realisiert bekommt. Und ja, das ist vielleicht eine Schwäche auch von mir, oder wie man sagen möchte, ich kann einfach nur, wenn ich für irgendwas brenne, dann geht das einfach nur zu 100%. Nicht blind 100%, sondern einfach engagiert 100%. Und der zweite Teil davon, dieses leidenschaftlich gestalten, das ist auch wieder in diesem All-in einfach mit einer gewissen Leidenschaft was zu tun und nicht halbherzig irgendwas zu tun, weil wenn es dann doch scheitern sollte und man sich hinterher sagen muss, naja, an dem einen Punkt hätte man vielleicht damals noch ein wenig engagierter irgendwas getan, wäre das vielleicht doch möglich gewesen. Und um mir sowas einfach niemals vorwerfen lassen zu müssen, ist das einfach so in meinem Charakter verankert. Oder eben dieses All-in, 100% oder nix. Ich glaube, das hat man jetzt gerade schon gemerkt. Die Leidenschaft, mit der du Dinge angehst, das kommt hier auch jetzt schon für mich absolut rüber. Also da großen Respekt und auch Dank für dein Engagement, was du hier auch für uns, wenn wir jetzt auf der FV-Liste, du hast jetzt gerade schon gesagt, dein, du wohnst in Sulzdorf, ja, dein Bezug zu Schwäbisch Hall, also den Wohnort haben wir schon. Was gefällt dir an deinem Wohnort? An meinem Wohnort, also wenn ich jetzt auf die 44 Jahre, die ich jetzt in Sulzdorf leben darf, zurückblicke, ich habe da eine perfekte Kindheit erlebt, ob es von der Infrastruktur, von der Polzplätze, von der Spielplätze, von allen möglichen Themen, man konnte da frei laufen, man konnte da einfach guten Gewissens, man hat da gute Menschen um sich herum gehabt. Ich habe meine ganze Berufsausbildung in Schwäbisch Hall erlebt. Ich habe mein Haus in Sulzdorf gebaut, ich wohne jetzt in Sulzdorf, bis auf zwei Jahre, wo ich mal außerwärts meine Schulungen, meine Weiterbildungen gemacht habe, bin ich natürlich auswärts gewesen, aber ansonsten ist mein Lebensmittelpunkt einfach Schwäbisch Hall oder ganz spezifisch bei mir Sulzdorf sogar und ich bin nicht in Schwäbisch Hall oder in Sulzdorf hängen geblieben, wie vielleicht viele vermuten könnten, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung für Schwäbisch Hall gewesen, weil einfach hier sämtliche Rahmenbedingungen stimmen, die ein perfektes Leben in meinen Augen ermöglichen und auch viele Freunde oder eigentlich fast alle Freunde von früher haben sich ja für das Leben in Schwäbisch Hall entschieden und wenn ich das dann so sehe, kann es nicht ganz so falsch gewesen sein, für die Schwäbisch Haller Ecke zu entscheiden. Ja, das glaube ich dir zu 100 Prozent und wenn ich dir die nächste Frage stelle, was ist deine Motivation, dich für den Gemeinderat aufstellen zu lassen? Also da muss ich sagen, du warst einer von den wenigen, die aktiv auf mich zugekommen sind und gefragt haben, wäre die FWV bereit, mich mit aufzunehmen. Ja, und da musste ich nicht lange überlegen. Aber jetzt lasse ich dir das Wort. Jetzt ist die Leine wieder locker. Das muss ich vielleicht trennen in Motivation zur Kandidatur und Motivation, warum FWV? Ja. Motivation, Kandidatur. Ich bin zehn Jahre Ortschaftsrat und das ist jetzt im Nachhinein vielleicht eigentlich die beste Schule gewesen für eine Gemeinderatskandidatur. Du hast die ganzen Vokabeln, die ganzen Strukturen, wie Beschlüsse geschrieben werden, wie Anträge gestellt werden. Oder du verstehst das zwischenzeitlich alles und du warst seit als Ortschaftsrat halt oftmals nur beratend, aber in der letzten Entscheidung warst du einfach nicht mehr dabei. Und wie ganz oft in der Haller Gemeinderatssitzung gewesen, böse Zunge verlaubt, vielleicht öfters als manch gewähltes Ratsmitglied, aber das hat ja nichts damit zu tun. Und dann bist du einfach als Ortschaftsrat oder als normaler Bürger einfach ein wenig zu weit weg, für das, dass du dein Teilort oder deine Stadt vor allem so erhalten möchtest, wie es ist, und das sage ich mich als Gemeinderat einfach dann in der richtigen Position, da aktiv meinen Beitrag dazu beizutragen, dass das mindestens so bleibt, wenn nicht sogar noch ein Tickchen besser wird. Und wenn man jetzt die Motivation für die FWV nimmt, dann ist es halt so, ich bin wirklich bei einigen Parteien oder Vereinigungen gewesen und habe mich da vorgestellt oder beraten, könnte das was sein für mich? Und mit meinen fünf Themen, Teilorte, Kinderbetreuung, Wohnbau, Straßensanierung, wohnen, Senioren wohnen. Da habe ich bei der FWV einfach offene Türen eingerannt. Und das hätten die anderen bestimmt auf der Liste. Aber wenn man halt ehrlich sagt, die FWV hat das einfach honoriert und hat gesagt, du Kollege, wenn du da so dahinter stehst, honorieren wir das mit Platz 3 auf der Liste und signalisiere einfach nach außen hin, das ist uns genauso wichtig wie dir. Und deswegen schreiben wir dich auf Platz 3, dass nach außen hin jeder sieht, diese fünf Themen, da stehen wir auch voll dahin. Ja, jetzt bin ich fast sprachlos. Das schaffen wir nicht viel, aber das muss ich schon nochmal deutlich herausstellen. Das war mir auch wichtig, das auch dir zu signalisieren, wenn jemand so motiviert ist, wie du das bist, und so Feuer dafür hat, hier für die Stadt, sich für die Menschen der Stadt einzubringen, dann muss ich das, in dem Fall, als der mitverantwortlich war für die Listen, zumindest Vorstellung für die Nominierungsversammlung, dann muss ich das honorieren, in einem Listeplatz, der dir auch signalisiert, wir wertschätzen das, was du bisher getan hast und wir wollen dich drin haben. Wir saßen im Dezember, glaube ich, einen Raum weiter von dahin, einfach kurz nach 10 Minuten, mir zwei eigentlich gemerkt, wir gehen in dieselbe Richtung. Und das war also keine Frage, wie viel mir wohl dahin hat. Das kann ich nur zurückgeben. Ja, und da kommen wir jetzt, auch wenn du schon vieles, glaube ich, rübergebracht hast, zu einer der letzten Fragen, was sind deine Stärken, die du natürlich zuallererst für die FWV, aber dann im Fall deiner Wahl auch für die Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt einsetzen, möchtest einsetzen kannst? Ich versuche es zu erklären. Jetzt spreche ich seit 10 Minuten wahrscheinlich wie ein Buch, das ist normalerweise nicht meine Art, normalerweise ist Mund zu, Ohren auf, Augen auf und dem anderen Zuhörer verstehe, was der meint und sich daraus eine Meinung bilde. Und nicht Zuhörer, um irgendwas zu antworten, sondern erstmal Zuhörer, um andere zu verstehen. Als zweites, ich bin keine Marionette. Ich habe meine Meinung, das ist mein Motto, rauszulesen. Und selbst wenn da der Gegenwind kommt oder andere Meinungen links und rechts, ich traue mir das, vor anderen nahestehen zu sagen. Aufgrund meiner jetzigen Erkenntnislage ist das so, das steht dazu. Wenn ich hier alleine stehe, hat es am Ortschaftsrat schon oft ein Thema gegeben, wo ich den als einziger strecke oder die Hand unterlasse, wenn es einfach dann nicht gegen meine innere Besinnung ist. Dann bin ich mir vor allem ganz bewusst, dass ich selber die Weisheit nicht mit Löffel gefressen habe. Aber im Hintergrund habe ich ein Netzwerk aus unterschiedlichster Altersgruppen, unterschiedlichster Berufe, unterschiedlichster soziale Schichten auch, wo ich bei jedem Thema, das in Zukunft in den Gemeinderat kommt, weiß, ah, ich habe da jemanden, da gehe ich hin, da hole ich mir die Expertise, bei dem anderen vielleicht auch noch und kann mir da draus erfundierte Meinungsbilder und die nachher auch aufgrund dieses Wissens dann auch vertreten. Und na gut, ich möchte es nicht wiederholen, aber das ist leidenschaftlich. Das hören wir. Das kommt gleich ein bisschen raus. Das hören wir euch. Also wirklich. Das ist gar nicht alles. Dann hast du den Tegel nachher wie ein Unterdrehermuschbein. Alles gut. Das darf auch rüberkommen, wenn jemand so brennt, auch was zu tun. Und da muss man heute auch einfach froh sein, wenn Menschen wie du da sind, die sich für die Bürgerinnen und Bürger, für die Mitbürger einsetzen wollen. Und das darf dann auch gerne rüberkommen. Deswegen auch das Formal-Podcast, weil das kriegst du nicht in den Flyer rüber. Weltfoto, genau. Dann haben wir noch so schlagkräftige Worte und finde, schwingt einfach in der Stimme ein bisschen mehr mit. So ist es. Ja, mit der Frage sind wir durch, aber wie bei allen anderen auch, was ist dir am Ende noch wichtig, den Menschen, den Hörerinnen und Hörern da draußen mitzugeben? Gut, klar. Also, das wollen wir alle sagen. Am 9. Juni ist die Gemeinderatswahl. Informiert euch vorher, trefft ihr gute Entscheidungen. Wichtig ist, dass ihr überhaupt zur Wahl geht. als zweites natürlich dann, dass die Stimme in die richtige Wählervereinigung oder Partei gegeben wird. Aber im Endeffekt, ja, was soll ich jetzt sagen? Ne, das wäre es eigentlich. Ich hoffe, Sie können das nachvollziehen, wie ich für diese Sache brenne, wie engagiert ich da Lust drauf habe, da was zu gestalten, da aktiv was zu tun und möchte es dann da dabei auch belassen. Sehr schön. Vielen Dank, Flo. Hätte man vielleicht noch 10 Sekunden? Ja, natürlich. Eins hätte ich nämlich noch. Und natürlich meine Leidenschaft, auch ausleben zu können, muss ich vor allem meinen Eltern und meiner ganzen Family danke sagen. Weil ohne den Rückkehrfreiheit von meinen Eltern und von der ganzen Family könnte ich einfach nicht diese Zeit in das ganze Projekt investieren. Und da möchte ich einfach mal auch meinen Eltern vielen Dank sagen. Ja, den Dank kann ich nur unterstützen, weil ohne Familie ist das, was wir da tun, ja, auch jetzt in der Vorbereitung der Wahl überhaupt nicht möglich. Hätte ich auch nicht so gedacht. Ja, also den Dank darfst du gerne auch von meiner Seite geben. Auch an deine Partnerin, weil die Partnerpartnerinnen müssen wirklich auf sehr viel verzichten, die nächsten Wochen und die letzten Wochen schon. Und das ist aller Ehren wert. Danke dir, Flo, heute. Vielen Dank. Für deine Zeit und dass du gekommen bist. und ja, bei den Leidenschaft wirklich auch rübergebracht hast. Danke dir. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.